Ich weiß nichts darüber und ich nehme mal an, dass es nicht so einfach wird, denn wir werden gegen den Lichtkönig kämpfen, so viel weiß ich zumindest. So, die Eiskrone. Eine Sache ist noch offen. Soll ich Forstkram niederlegen und mich eurer Gnade ausliefern? Ich verrate euch etwas. Niemals. Guck mal, da gibt es zwei Belohnungen, wenn wir gegen den spielen. Tut mir leid, Chiro, ich wollte nicht brüllen. Habe ich echt gebrüllt? Brüllt auch sonst bei anderen Situationen, aber doch nicht... Ja, okay, ich werde versuchen, meine Stimme anzupassen. Prinz Arthas? Oh, das ist aber eine nette Überraschung. Wir kriegen da noch einen Helden-Skill. Und Prinz Arthas, das ist sogar jemand, den würde ich mal benutzen. Natürlich ein Paladin. Den kenne ich sogar noch aus Warcraft 3. Sehr gut sogar. Passt natürlich, dass man den bekommt bei der Eiskrone. Ähm, so viel weiß selbst ich, weil ich habe keine WoW-Kenntnisse, aber Warcraft halt. Das gute alte Strategiespiel. Hat immer viel Spaß gemacht. Okay, das ist nett, dass man da doch noch ein bisschen was bekommt. Mit jeder Klasse. Ach, mit jeder Klasse! Ah. Ja, gut, das will ich jetzt live nicht unbedingt machen. Mir reicht es, wenn ich den ersten Marsch... Aber das mache ich natürlich kein Problem. Ähm, okay, das ist ein ganz netter Ersatz dafür, dass es keinen Heroischen-Modus gibt. Okay. Okay. Da hat man ein bisschen was zu tun. Das finde ich cool. Das mache ich auf jeden Fall. Aber uns geht es jetzt erstmal um einen einzelnen Sieg und um dieses Päckchen. Ihr werdet um Gnade betteln. Ihr werdet auf Aufgeben drücken. Vergebens. Ja, da bin ich mal gespannt. Der Lichtkönig, nehmt euch in Acht vor seiner unkonventionellen Taktiken. Büssezungen behaupten, sie seien regelwidrig. Er hat eine Heldenfähigkeit, die Geißeln. Ruft einen Ghoul 2-2 herbei. Und das geht ja noch. Kostet 2. Wahrscheinlich hat er 100 Leben oder noch mehr. Mal schauen. Okay. Natürlich müssen wir, um gegen den Lichtkönig anzukämpfen, das Deck auch anpassen. Da ich noch nicht weiß, was er kann und was er macht, müssen wir uns jetzt einfach mal blind reinstürzen. Ich überlege gerade, mit welchem Deck. Der Spot-Depp wäre immer eine Option. Ich werde mal den Spot-Depp nehmen. Außerdem ist das... Zählt unser Quest beim Solo? Bei der Solo-Kampagne? Ich glaube nicht, ne? Aber egal. Ich nehme ihn. Nee, das... Das ist ein... Also es gab insgesamt drei Flügel. Und das ist der letzte, der heute halt kam. Die anderen zwei habe ich halt schon gemacht. Oh, da bin ich mal gespannt, wie er drauf reagiert, wenn ich ihn spiele. Also ihn selbst. Außerdem, Gary, das hat nichts gekostet. Das Solo-Dingans. Das hat nichts gekostet. Nur die Karten, die Booster-Packs. Die haben natürlich was gekostet. Aber nicht die Solo-Kampagne. Das haben sie jetzt halt ein bisschen verändert. Muss man ihnen ja auch anrechnen. Ähm... Ja, aber... Ich muss halt erstmal rausnehmen. Das ist ja Quatsch auf der Stadt. Schauen wir mal. Ah, erstmal, ne? Traditionell müssen wir jetzt mal gucken, was da so für Sprüche drauf hat. 60? Okay. Das geht ja noch. Ich hab dich doch nur gegrüßt. Ach, Slame. Früher... Es gab manche Bosse, die haben bei jedem... Was man gesagt hat, haben sie anders reagiert. Aber hier... Ich werde euch vernichten. Ah, okay. Niemand erteilt mir Befehle. Ist halt langweilig. Das war's. Krieger. Ihr werdet einen großartigen Todesritter abgeben, wenn ich euren Willen erst gebrochen habe. Ich hab auch Rüstung. Wappsack. So, hä? Hä? Willst du noch? Zieht euch nach! Haha! Es gibt keine Karte, die meinen Triumph verhindern kann. Okay. Zieht eine Karte, wenn ein Feind eingefroren ist. Okay. 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 Lauf aus meiner Schuhe! Wir nehmen... Ah, das... Wir sind ja jetzt nicht mehr... Ich bin's so Standard gewohnt, aber wir sind ja jetzt in der Solo-Kampagne. Jetzt kriegen wir auch wieder die alten Karten. Deswegen hier der Sparingspartner. Äh... Äh... Aber... Er taugt mir jetzt nicht. Das dauert mir zu lange. Ich nehme... Das, äh... Das Baby-Triceratops da. Ihr spielt, wie mein Vater sein Königreich regierte. Mit schwacher Hand. Geister! Ich werde euch leiten! Fangen wir jetzt nicht an mit deiner Familiengeschichte. Die interessiert mich Nüsse. Yandra, schon zwei Tapes? Ich... Ey, unglaublich. Wie viel hundert Stunden zocke ich das schon? Ich kriege kein einziges. Ich finde das leicht dezent gemein. Vernichtet zu Beginn eures Zuges einen zufälligen feindlichen Diener und diesen Diener. Aha. Also den kannst du ruhig haben. Der juckt mich gerade nicht mehr so viel. Okay. Dann gebe ich mir die Mühe gar nicht. Dann kann ich eh noch nicht spielen. Machen wir das erstmal so. Mein Meister ruft! Wird das ewig so weiter gehen! Wird das ewig so weiter gehen! Ja, Rijon, natürlich, ich nehme es zurück für die WoW-Spieler und Kenner. Ist das natürlich super geil, wenn da so Anspielungen gemacht werden, die auch genau wissen, warum, weshalb. Will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber das kann ich in dem Ausmaß ja gar nicht wahrnehmen, wenn ich nur Hearthstone spiele. Ähm... Joa, dann noch ein bisschen... Das war's! Was ich beim Lichtkönig mag, bis jetzt ist es ein defensives Spiel. Das ist schon mal gut. Aber bei der Menge habe ich echt Angst, dass das mit dem Deck tot endet. Ich überlege jetzt schon, mit welchem Deck ich ihn eher klein kriege. Aber egal, wir probieren jetzt erstmal alles mit dem. Vier... Na, dann stirbt meiner auch. Warte mal überlegen. Ja, er wird mir eh töten. Kann ich auch Schaden machen. Aber ich spiele jetzt erstmal den. Lass dich im Herzen sprechen. So. Niemand kommt an mir vorbei. Er hat eine sehr traurige Story. Alleine sein Pferd. Okay. Ist es trauriger wie bei der unendlichen Geschichte? Ja, sorry, wenn ihr halt keine Ahnung habt von... Ähm... Gegen uns ansonsten, aber... Naja, das ist doch passender Mann. Was ist das hier noch? Naja, wir schmerzen. Da muss ja ein Spruch kommen, wenn ich den spiele. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Aber er muss leider noch eine Runde warten, mindestens. Hey, warte, erst das. Gut. Ich hab das Kriegsbeil ausgelöst. Oh oh. Ist klar, dass er das hat. Ist ja klar. Das weiß er jetzt nicht. Hey. Hey. Das war aber nicht so. Das ist ein anderes Frostkram hier. Und er ist... Jo, was ist das für ein geiler Effekt gerade hier. Jetzt ist er immun. Entfernt all eure Diener. Ruft sie erneut herbei. Ziemlich verarsche. Gefangene Seele. Und er ist immun. Na hier. Passive Heldenfähigkeit. Ihr seid immun, solange ihr eine gefangene Seele kontrolliert. Nice. Okay. Passiert halt schon mal. Ähm. 2, 6. Könnte ich da Mützel spielen. Warte, ich lass... Ja. Okay. Was hat denn der jetzt eigentlich entfernt für Diener? Ähm. Warte mal. Kann ich das nachgucken? Oder, weil ich weiß, was wieder kommt. Warte. Nein, nein. Da steht nichts dabei. Danke fürs Followern. Berliner. So und so. Ähm. Ah. Ich bin unschlüssig. Ich spiele jetzt einfach mal ihn. Ich will wissen, was er dazu sagt. Also wirklich, da hättet's... Hallo. Kommst du öfter hierher? Hahaha. Er flirtet mit sich selbst. Ich sehe gut aus. Sehr gut. Hahaha. Ja. Es gibt keinen Ausweg. Vielleicht gibt es doch einen. Pfff. Zum Glück habe ich die noch nicht getötet. Sonst hätte man den Dialog verpasst. Okay. Er hat das Pferd bei der Geburt gesehen und nennt es Invincible und reitet später mit dem sehr jungen Pferd weg. Das Pferd springt über einen Baumstamm und es landet im Schnee. Oh. Okay. Es leidet und dann nimmt Arthas das Schwert und killt das Pferd. Okay. Danke für die Hintergrund-Info. Interessant. Ja. Ähm. Okay, was machen wir? Ähm. Ich habe neun. Reicht noch nicht für mein Dino. Ich würde gerne auf mein Dino warten, ehrlich gesagt. Deswegen, ich werde mich noch weiter einbungern. Soll da gucken, wie er klarkommt damit. Was habe ich hier? Bin ich jetzt ein Diener? Okay, ja. Das kann ich für später vielleicht gebrauchen. Oh Gott, das wird ja ein ewiger Kampf, ey. Ich habe nur noch 15 Karten. So. Jetzt würde ich mich auch verwandeln. Das wäre doch bestimmt in seinem Interesse. Oh, das ist sogar richtig geil gerade, weil... Das machen wir jetzt sofort. Ich verbringe diese Welt und horche über die Asche. Ja. Heißt eure neue Macht willkommen. Ich habe bereits gewonnen. Aha. Kommt jetzt gleich so eine Art Zerstörer einen Frost drohend Typie oder so. Dann habe ich echt gelooset. Ja, wegen der Waffe. Die auch benachbarten Dienern Schaden verursacht. Auf die Knie. Hat jemand meine Waffe genervt? Deine Waffe genervt? Warte. Ah ja, den hat er noch gehabt. Alles klar. Von wegen, ey. Könnte ich jetzt gerade noch killen. Was hat er da jetzt schon wieder? Er bügt dem feindlichen Helden einen Schaden zu. Verursacht jedes Mal einen Schaden... Och, komm schon. Das kostet null. Ey, wie pervers ist das denn? Boah. Aber schön, wie sie das so phasenweise rüberbringen. Und das ist jetzt eine letzte neue Fähigkeit. Wahrscheinlich nicht. Weil ich die Rüstung runtergekloppt habe. Passiert wahrscheinlich noch was. Jetzt stellt euch dem Unausweichlichen. Für den Nichtkönig. Okay. Muss immer eben ein bisschen husten. Ja, klar, toll. Ich kriege in jeder Runde mehr Schaden. Das macht er jetzt natürlich in jeder Runde. Ügt der Hand des Gegners eine Frost. Okay, das ist ja mal nett. Sport, okay. Ja, gut. Ich habe ja auch eine neue Heldenfähigkeit. Das ist ganz sinnvoll. Ich bekomme... Spektrale Plünderin. Kombo? So, eigentlich gehen. Ach, ne, stimmt. Ich habe keine Karte benutzt. Stimmt. Beursacht so viel Schaden, wie ihr in diesem Zug anderen Karten ausgespielt habt. Moment. In diesem anderen Karten ausgespielt habt. Ich habe den... Eigentlich fast eine Verschwendung, die ich jetzt schon zu benutzen habe. Das wäre gerade passend, weil sonst kann ich nichts anderes benutzen. Ich könnte noch die spüren. Ich könnte noch die spüren, dann ziehe ich. Aber wie viel... Nehmen die da wirklich auch das, was ich mit dem Waffenschaden... Das waren ja 1, 2. Dann habe ich eigentlich 2 mal 4 gemacht. Aber ne, auf Karten. Doch, es war ja alles auf Karten. Wenn ich das Gerät richtig verstanden habe... In diesem Zug anderen Karten... Eigentlich müsste ich 10 Schadenspunkten machen. Ich gucke mal. Ne, es war nur 1. Okay. Habe ich die Karte falsch verstanden? Hallo, Sister! Das ist die letzte Fähigkeit, okay? Reicht ja auch. Ist schlimm genug, ganz ehrlich. Erst beeilen. Okay, das ist wieder die, wo ein Dina vernichtet. Nicht so schlimm. Ich könnte alle töten. Jetzt schon, oder? Ich habe ja nur die. Na komm, ich töte alle, würde ich vorschlagen. Ja, dann stimmt auch die, wenn ich mein Dino benutze. Stimmt auch die. Ja, ist ja egal. Komm. Ich werde da, wir sowieso ein Deck anpassen müssen, um den zu schaffen. Halt, 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 halt. Gut. Ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Dann nutzen wir nochmal unsere Waffe richtig aus. Perfekt. Die Dino sparen wir uns. Ach, shit, dann hätte ich eigentlich das nehmen sollen, nicht Depp. Hätte ich meinen Wirbelwind aufsparen können. Angreif! Was du? Naja. Ich muss erst mal lernen. Hallo, Max Schlitzer. Schön, dass du da bist. Ja, Gary, muss ich mir noch überlegen. Ich bin da auch nicht so ein Fan davon. Aber lass mal tolerieren wir es erst mal. Solange es innerhalb des Jets nicht so abgeht. Ach Gott, ey, wie soll ich denn jemals durch seine heftige Rüstung kommen? Ich glaube, ich will einen J-Truiden gegen den spielen. Da habe ich nämlich unendlich, ganz ehrlich, ich habe noch elf Karten. Dann habe ich eh keine Chance mehr. Diesmal bei dem durchgekommen. Aber mit einem J-Truiden habe ich theoretisch unendlich Power. Wisst ihr? Was würde noch Sinn machen? Ich bin schon am Überlegen für die nächsten Versuche. Priester. Priester hätte ich ein interessantes Deck. Das war ein bisschen experimentiell. Das ist nämlich... Ja gut, ich will nichts verraten. Da hätte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Ausdauer, könnte man sagen. So, das ist jetzt nicht so schlimm, was er da getan hat. Jetzt hole ich mein Dino raus. Und hallo, eshter Kai. Ja, wie andere, du hattest echt viel Glück. Also echt schon zwei Tapes. Ich will auch mal einsam. Okay, was mache ich jetzt? Ähm, fünf, sieben. Nee, das mache ich nie. Ich werde es mal durch den Mausern. Das gibt nichts. Ich komme jetzt zu nichts hier. Ah, okay, immerhin, immerhin. Das könnte vielleicht noch... Stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Fokus gehabt, dass ich ja noch meine neue Heldenfähigkeit bekomme. Ah, mal schauen. Dann werde ich mal aus gewissen Gründen jetzt angreifen. Am besten einen Priester nehmen. Ja, aber... Ich bin mir noch unschlüssig, was ich da für einen Quest... Äh, für einen Priester-Tschiff nehme. Ich habe momentan keinen guten. Ich habe einen, der ist aber sehr, sehr, wie gesagt, der ist sehr experimentier. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich da sinnvoll ist. Aber wir gucken mal. Vielleicht, äh, wenn ich jetzt... Ich will auf jeden Fall die Waffe spielen. Hier, ah ja, das muss ich loswerden. Oh Gott, mir geht es ja auch gar nicht mehr gut. Ähm... Ja gut, da brauche ich gar nicht lange hochdenken. Dann müssen wir an Stabitzel spielen. Der angeschlagen ist, super. Nehme ich die sieben Schaden nochmal in Kauf? Ich probiere es einfach, komm. Dann schauen wir mal, was los wird. Ab jetzt können wir acht Schaden schießen. Mal gucken. Ach ja, da war ja was. Die Heldenfähigkeit. Die jetzt schon acht... Ja, das war's. Scheiße. Ach komm, das mit der Heldenfähigkeit ist ja übertrieben. Ich kann aber auch nichts dagegen machen, ne? Es muss schnell gehen, ansonsten... ...wird das abartig, utopisch hoch, krass, böse. Vor allem, es ist nicht mal zufälliger Schaden. Er kann's immer auf mich machen. Immer auf mich. Das ist richtig böse. Okay, mach's gut, Zykoten-Fan. Ja, 300 Stunden, das geht ja noch. Bei Dead by Daylight ist es immer noch ein bisschen mehr. Ja gut, das war's. Ich kann ja nichts mehr dagegen machen jetzt. Er schießt das nächste Mal mich tot. Okay, ich werde einfach mal ganz regulär... Er hat gemeint, aufgeben geht nicht. Da steht aufgeben. Na gut, ich drück's aber nicht. Ähm, ich werde ganz regulär jetzt erst mal sterben. Ich könnte ihm aber die noch wegmachen. Das bringt ja alles nix. Das ist traurig. 1, 2, 5, 9... Ne, dann könnte ich nicht mehr. Und das war's. Du darfst mich töten. Wow, haben wir den runtergezogen. Folgt mir in die Finsternis. Aber mir kommt gerade eine geile Idee. Stellt euch mal vor, wir spielen Priester. Und haben diese Karte drinnen, die ein Mana kostet. In der Falle, wenn wir auch als erstes dran sind, vor allem. Dann könnten wir doch rein theoretisch mit etwas Glück die Karte aus seiner Kartenhand ziehen. Die uns 100 Rüstung gibt. Müsste doch gehen. Mit etwas Glück, wohlgemerkt. Eine Chance von 1 zu 5 oder was auf der Hand hat. Das wär schon... ein reizvoller Gedanke. Aber man muss auf jeden Fall ein Deck anpassen für diesen Gegner. Beim Druiden-Deck hab ich auf jeden Fall Chancen im Endgame. So viel ist klar. Was ich aber definitiv nicht hab, ist... Ja, aber das hab ich grundsätzlich bei keinem Deck. Wegen seiner Heldenfähigkeit. Den Schaden, den er mit der Zeit rauskotzt. Das ist so oder so, Kacke. Na gut. Ich probier's jetzt erstmal mit den Druiden. Und danach mach ich mir einen Priester. Klar, man muss ihn ja besiegen können und man kann es auch besiegen, aber nicht ohne den Aufwand, dass man das Deck anpasst. Also ich werde da auf jeden Fall ein Deck anpassen müssen. Direkt für ihn. Und ich werde mit den Standard-Decks... Mit den Standard-Decks hab ich da... Ist das natürlich Schwachsinn, das zu probieren, aber ist mir egal. Ich will's jetzt noch einmal probieren, einfach so ein bisschen mich noch heranzutasten gegen den. Und dann werde ich anfangen, Decks zu bauen. Kein defensives Deck gegen ihn. Ja, natürlich der Gedanke, dass wir ein Agro-Deck machen. Ist aber auch das Problem, dass unsere Ressourcen dann unglaublich schnell leer sind. Das ist das Hauptproblem beim Agro-Deck. Hm. Ich werde euer Deck auseinandernehmen. Und danach... Eure Seele. Ja, danke auch. Und hallo Doomplay. Okay. So. Gut den Schwachen. Vernichtet... Vernichtet alle feindlichen Diener, die drei... Oder weniger kosten. Egal wo... Ernsthaft. Ah, was der für krasse Scheiße hat. Alle feindlichen vor allem. Nur meine. Aber das tut ein Druiden-Deck gar nicht weh. Oder? Ne, die einen kosten vier. Nö, der hat mir gar nichts getötet damit. Haha. Okay, da geht's schon los. Und ich hab' ne... Ich hab' ne so kack... Ich hab' so ne Kackhand hier. Geht erst bei fünf... Ja, rühre ich erst bei sechs los. Das war's. Jetzt kann ich eigentlich gleich nochmal starten. Eure Scheitern ist unvermeidlich. Es gibt kein Emote, das eure Schmach kundtun kann. Cool, man. Dieses Drachenspermmer-Deck. Ja, so ein Deck hab' ich aber nicht. Ich könnt' mir... Obwohl, ne. Für dieses Biest-Deck. Hass. Hm. Ja. Ein Versuch wert. Theoretisch. Naja, schauen wir mal. Wir probieren einfach noch ein bisschen rum. Aber, gerade so Zeug... Ich muss unbedingt auch Karten benutzen aus der Nicht-Standard-Dingens. Das ist ja, ne. Ich mach' mich ja damit jetzt... Es ist Schwachsinn. Mit nem Standard-Deck halt. Weil er hat alle Karten quasi zur Verfügung. Ich hätte sie theoretisch auch, aber ich nutze sie nicht. Weil ich mit Standard-Decks gegen ihn kämpfe. Aber es ist jetzt einfach noch ein bisschen probieren. Ähm... Jetzt sehe ich ganz gut vernichten. Oder ich geh' mehr in die Offensiv. Ich geh' mehr in die Offensiv. Oder ich könnte beides machen. Ich mach' einfach beides. Wie klingt denn das? Das war minimal verschwenderisch. Aber hey, wer's kann. Kannst du mich grad? Wollen wir hier noch die Dinger raus? Er hat noch nicht seine 100 Rüstung. Das heißt, er spielt das gar nicht 100% im ersten Zug. Er hat das ganz klassisch im Deck. Moment mal. Wenn ich die eine Karte benutze... ...wo die Einser-Zauber draufgehen... Oh ja. Wir kommen langsam mit denen. Wir kommen langsam mit denen. Dann war's das nämlich mit seiner geilen Rüstung. Ah... Okay. Sieht euch nach, Mann! Haha! Ja. Bis jetzt ist das ja noch smooth, wenn das so bleibt. Ähm... Wenn das so bleibt... Wir machen jetzt folgendes... Ja, komm. Niemand kommt an mir vorbei. Es kann natürlich, Klepto, da habe ich auch schon dran gedacht, sein, dass er je nach Klasse generell was anderes benutzt. Dass er jetzt vielleicht einfach diese, die Rüstungskarte jetzt gar nicht hat, weil er die nur beim Krieg hat. Das kann durchaus sein, gerade diese 1er-Karte, die er am Anfang spielt, dass die einfach klassenabhängig ist. Das könnte es sein, ja. Aber wenn dem so ist, dann frage ich mich, warum er ausgerechnet dann so eine billige Karte hat gegen den Druiden. Dass der mir mal überhaupt nicht juckt. Na, mal abwarten. Ich gehe jetzt weiter auf Team. Jate, 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 Jate. Moment, habe ich ein Idol schon gespielt? Habe ich ein Idol schon gespielt? Ne, hatte ich nicht. Hatte ich nicht, ich hatte sie, ich hatte ihn. Agrodruiden, haben die viele Dreierkarten? Ich weiß nicht. Na gut, jetzt kommt Frostkram, das hat er immer. Und damit auch seine quasi zweite Phase, ne. Jetzt kriegt er auch die andere Heldenfähigkeit. Die Viecher kriege ich jetzt als Druide verdammt schlecht weg. Leider. Gar nicht so einfach. Naja. Da müssen wir durch. Cam, das ist gut. Hier ein Traum. Hier weg. Nein, weg. Nein, weg. Du musst halt aufräumen. Kommen wir sonst nicht mehr durch ihn durch. So. Besser ging's nicht. Der Lichtkönig bekommt für jede Klasse eine neue Anfangskarte. Als Mage ist die Anfangskarte sehr übel. Erstmal keine Zauber aussprechen oder was. Okay, danke für den Hinweis. Das ist natürlich eine schöne Challenge. Und dann hat man auch, das finde ich gut, weil wir wissen ja, dass wir den, ähm, den Dings bekommen. Den Helden Skin. Wenn wir ihn mit allen Klassen, äh, besiegen. Und dadurch, dass er immer so eine neue Anfangskarte hat, ist das halt im Grunde immer wieder eine neue Challenge. Das haben sie gut gemacht, finde ich. Dann wird das nicht langweilig. Sonst könnte, müsste man sich halt immer wieder anpassen, aber so muss man sich immer neu orientieren. Finde ich cool. Okay. Äh, wir räumen jetzt erstmal weiter auf. Gut, ist egal, wird eh sterben. Ich könnte das machen. Ja, ich werde das machen. Tschüss. Das war's. Jetzt hat er wieder das Bösartige. Und das ist halt das Hauptproblem. Diese verdammte Heldenfähigkeit. Wo es jetzt so schnell gehen muss. Aber gut. Ich hab, ich rechne mir da mehr Chancen aus, wie mit dem Krieger eben noch. Ach, sind die Krieger wohl noch ab? Ich bin zahle in der Drücke. So. Ach, jetzt hat er die aber auch so hässlich gebufft. Shit. Keine Spots. Ich könnte jetzt höchstens hoffen, dass er voll auf, ähm... Ja, komm. Wir rotzen raus, was geht. Willkommen, Gandalfs Rache. Und Pisamo. Ja, dieses Abenteuer ist kostenlos. Herr und auch. Das war ja zu erwarten. Das war zu erwarten. Den muss ich wegschicken. Sonst hab ich keine mehr zum Schluss. Leider. Können wir ihn jetzt gut gebrauchen. Du tötest mich, ne? Hm. Ich kann meinen Prankenhieb nicht benutzen. Ich kann meine Versäuchung nicht benutzen. Ja, das sind so Sachen, da muss ich das einfach anpassen, sonst hab ich keine Chance. Aber danke fürs volle Einhorn. Ähm, ich werde... Ne, das mach ich nicht. Ich werde Karten ziehen. Ah, damit kann ich ihn nicht unter Druck setzen. Damit kann ich ihn nicht unter Druck setzen. Shit. 8, 15, 19. Der stirbt sowieso. Dann nehm ich noch einen mit. Soll ich schon mal weg? Oder einer von den kleinen Töten. Das war's. Mechner. Meine Fresse. Die hab ich schon ewig nicht mehr gesehen. Danke fürs Followern, MV Germany. Ah, sehr gut. Prankenhieb. Prankenhieb. Ähm. Scheiß, Mechner. Die geht mir grad auf den Keks. Die könnte ich jetzt so schön meinen 8-8er spielen. Deswegen, na gut. Der muss noch kurz warten. Dann machen wir die kleinen erst mal. Und ne Karte ziehen. Wir kommen bald ins Endgame. Wir kommen bald ins Endgame. Dauert nicht mehr lang. Dann wird's interessant. Ja, ich weiß. Du kommst auch bald ins Endgame. Aber was sagst du eigentlich bei... Sagst du was anderes bei... Bei dem? Nee, okay. So, jetzt überlegen. Der Drache bringt nix. Obwohl. Doch, der bringt's. Die Mechner weg. Die Mechner könnte ich auch selbst angreifen. Aber dann... Was mach ich dann? Dann hab ich 8 und ich darf hier nix spielen, weil das noch lebt. Langweilig. Nö. Dann machen wir das so. Für die Wildnis. So, wir kommen jetzt eigentlich in der nächsten Runde ins Endgame. Weil wir haben ihn. Und dann können wir anfangen mit dem Jaden spannen. Wenn er's zulässt. Irgendwie noch. Wir müssen jetzt echt... Nein, mach doch sowas nicht. Stimmt, du kommst ja auch irgendwann hier mal in Bedrängnis. Das wird mir helfen. So, schluss jetzt. So, schluss jetzt. Aus. Ah! Unglaublich. Scheiße. Hm. Ach man, er macht in der nächsten Runde schon 6 Schaden. 5. Fuck. 6 Schaden. 6 Schaden. 8, 10, 13, 16, 19 mindestens. 19 macht er aus dem Stehgreif. Nee. Ich kann nicht anfangen. So gefährlich. Die Rüstung habe ich schon gespielt. Die kriege ich nicht mehr. Ich müsste ihn spielen. Habe ich spot. Geht ein bisschen was. Okay. Gott. Ich habe noch einen. Ich habe bereits gewonnen. Oh Gott, lass mich nicht lügen. Aber ich habe noch ein Jahr die Idol da drin, ne? Ich hoffe es. Riskiert es. Oh Gott, oh Gott. Er kommt wenigstens nicht durch. Oh, ups. Doch, er kommt durch. Scheiße. Da war ja noch einer. Scheiße. Okay. Nicht schlimm. Ähm. Er hat doch schlimm. Fuck. Ich bräuchte. Oh. Klar, ich könnte Sport machen. Ich hätte lieber ihn gespielt und den weggehauen. Aber dann ist immer noch zu viel da. Dann kann ich keinen Sport mehr machen. Wenn ich Krieger... Das ist ihm schon. Ey, das wird nichts mehr. Das wird nichts. Gehen weghauen. Was drauf. Gehen weg. Geht das sogar noch. 3, 6. Er macht 7 plus 7 sind 14. Tack. Rüstung. Yolo. Yolo. Mal schauen, ob er noch was hat. Der dunkle Pfad ist mein Schicksal. Ja. Ich hatte recht. Ich hatte noch ein Jahr. Die Dolo. Das bringt mir leider nichts mehr. Ich habe jetzt zwar 19 Schaden hier. Könnt den töten. Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? Entfernt jedes Mal die obersten 3 Karten eures Decks, wenn ihr eine... Das ist was. Was zum Teufel. Können wir mich gleich opfern. Ähm. Ich könnte... Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht mal einen angreifen. Ah, doch 2. Da hätte ich noch einen Lebenspunkt. Dann würde ich den noch spielen. Dann könnte ich durch. Dann könnte ich ihm 19 Schadenspunkte machen. 19 Schadenspunkte. Die mir aber leider nichts bringen. Ja. Ah, schade. Hätte ein bisschen schneller gehen müssen alles. Hätte alles ein bisschen schneller gehen müssen. Komme ich nicht durch. Nee. Okay. Mach das nächste Mal 8 Schaden. Das ist ultimativ. Kann ich nicht verhindern. Ich würde vielleicht sonst 5 Rüstungen holen. Hab hier noch... Hab ich da eigentlich jetzt noch drin. Theoretisch. Ähm. Ja, ich gucke einfach mal. Ich habe die besten Angebote weit und breit. Ich habe keine Garten mehr. Ja, bringt jetzt aber auch nichts mehr. Dafür lebt zu viel noch. Dafür lebt zu viel. Geht was. Mal gucken, ob ich aufgeben darf. Ihr gewinnt und ich kann ruhen. Okay. Ähm. Ich werde jetzt noch... Ich habe zwar schon einige coole Ideen im Kopf, aber ich möchte jetzt, weil es auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, es... Ich soll es doch mal mit dem Priester versuchen. Ich habe allerdings, wie gesagt, kein typisches Priester-Deck. Ich habe ein sehr seltsames. Wird wahrscheinlich dann auch nicht klappen. Aber ich will es trotzdem, ähm, auf euren Hinweis gerne mal probieren. Und nach diesem Versuch starte ich, äh, werde ich endlich ein Deck anpassen gegen den Typen, weil da habe ich auch schon einige interessante Ideen. Wie gesagt, diesen Einser-Zauber, den er am Anfang macht, den könnte man klauen. Aber erstmal will ich wissen, was das für ein Einser-Zauber beim Priester ist. Äh, deswegen... Ups, sorry, hat das Mikro gekommen. Äh, ich... Äh, zwei Minuten Pause, es geht gleich weiter. 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 So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt auch bewusst keinen Stream-Neustart gemacht, obwohl es schon wieder fast in einer Zeit wäre. Aber egal, dann wird der Part halt auch mal länger. Weil wir sind ja immer noch beim gleichen Ziel. Und dem möchte ich mich jetzt nicht... Ja, da will ich jetzt nicht so lange warten. Und gleich weitermachen. Deswegen. Okay. Habt ihr Bild? Ja, jetzt dürft ihr wieder Bild haben. Dann... Ich wieder rein. Jetzt probiere ich es einmal gegen den Priester. Wie gesagt, ich habe halt so ein... Äh, dieses Priester-Deck ist, ähm... Ja, ich sehe es ja gleich. Es ist auf Todesröscheln. Es ist auf, ähm... 40 Leben getrimmt. Mit dem Quest halt. Es ist eigentlich mehr ein Fun-Deck. Aber der Reiz ist, dass ich mir viele Karten... ...eventuell... Ist es wirkliche Rechtschaffenheit, die euch treibt? Ich bin mir nicht sicher. Ihr könnt mir einige Karte von ihm mobsen. Das wäre halt der Reiz daran, ne? Und er hat ja keine verkehrten Karten. So, jetzt muss ich wieder umdenken bei dem Deck. Ähm... Und willkommen, Fighter. Ach... Neh mal eins raus. Mal schauen. So, der Lichtkönig. Mal gucken, was seine... Gesegnet sollt ihr sein. Niemand bezahlt mir Befehle. So. Ich könnte auch erst mal das spielen. Todesröscheln dauert eh noch. Ist jemand verlässt? Ruhe, Priester. Das Licht wird eure Hilfe rufen nicht hören. Neuer Gegner. Was? Okay. Klappe, Priester. Schweigt. Was hat denn der gegen Priester? Sehr gut. Klappe zu. Ja, ich meine, kommt immer was anderes. Okay, Klappe zu. Ha, ha, ha. Äh, geht das noch weiter? Okay, jetzt fängt er mit. Okay. Ähm, ja, cool. Aber ich weiß, warum sie das gemacht haben. Ist ja klar. Wie ich ja schon, äh, so ein bisschen, ne, mit dem Gedanken gespielt hab. Einser-Karte. Mobs halt ne Karte. Eben die Einser von ihm. Äh, hätten wir ja theoretisch ja klauen können. Äh, hätten wir ja theoretisch ja klauen können. Und deswegen ist das zwar ein etwas seltsamer. Äh, äh, ein absolut, äh, schickes, äh, Manko für uns. Schöner Malus. Mein ich. Und, ähm, ja. Ja, aber sie wollten halt verhindern, dass man was geiles, äh, eventuell bekommen könnte. Meine Vermutung. Aber okay. Gut. Wir haben zwar keinen... Wir haben zwar nichts, äh, richtig Negatives jetzt bekommen. Aber trotzdem wird es jetzt interessant, mit diesem Deck, äh, zu verlieren. Aber wenn ich es schaffe, Todesröscheln ausreichend zu spielen und dann 40 Leben habe. Ah, shit. Ich könnte es noch weiter treiben. Äh, ich spiele ja kein Wild, aber wir könnten ein Wild-Deck bauen mit ihr. 40 Leben. Und dann den guten alten... Den guten alten Reno Jackson. Der nochmal das Leben voll heilt. Das wäre extrem hilfreich. Gegen seine spätere Fähigkeit. Sowas könnten wir basteln. Weil ich... Das war nicht schlecht, dieses Reno, ähm, Amara-Deck, was ich damals hatte im Wild-Modus. Das hat mir viel Spaß gemacht. Hm. Naja, erstmal weitermachen, würde ich sagen. Ähm. Mit Anduin ist es am lustigsten. Wer hat dieses Deck für euch erstellt? Dachten die, ihr kämpft gegen Horga? Hlohohohohoho. Okka ist ein Tutorial-Gegner. Das nur mal so am Rande erwähnt. Warum ist es denn mit Anduin lustiger? Ich habe jetzt, äh, halt gerade keinen Anduin. Aber passiert da was anderes? Abpleistet ihr ihr! So. So. Tortola, bewahre uns! Der dunkle Pfad ist mein Schicksal. Na, würd ich doch mal das spülen? Ich hätte gerne... Das ist alles kacke. Ansturm. Dass wir was kleines wieder spielen. Ne, ich nehm's mal. Einmal den. Ich würd den kaputt machen. Der dunkle Pfad ist mein Schicksal. Der dunkle Pfad ist mein Schicksal. Ich bin nicht König. Okay, so das Kanal. Dann ist der Mix, ne? Ach ne, du musstest auf, aber jetzt kannst du wieder. Dann willkommen zurück. So rum. Ähm. Der macht, wenn er schweigt, trotzdem sein Emote. Nur mit... Echt? Wie cool. Achso, dann passt es natürlich besser, ja. Weil da kam halt nix und... Ja, die ganze Zeit... Achso, jetzt verstehe ich das. Ja, cool. Ach, schade. Dann hab ich den Gag leider verpasst, weil ich... Ähm... Sie hier spiele. Okay. Na gut, cool. Ähm... So, weiter. Starten, aber da... Ich würde vorschlagen, wir gehen weiter hier raus. Für Gnomeregan! Den nochmal aus. Passt ja gerade so gut. Für die Gnome! Ähm... Den nochmal heilen. Da können wir uns nämlich... Warte mal, was machst du? Ah, die Frost schon gerade. Mhm. Ja, da stebt unser guter Spott. Egal. Zwei, vier. Ja. Mach mal erst den weg. Schon wieder zu sehr auf Cleaning, ne? Anstatt, dass ich mehr auf ihn gehe, aber... Das ist so typisch für mich. Nein, wir machen das total blind. Das ist jetzt mein dritter Versuch. Mein dritter offizieller Versuch hier gegen ihn. Aber ich hab noch kein Deck gegen ihn gebaut. Bis jetzt. So... Okay. Was kriegt man? 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 Och, komm. Weißt du, er hat so geile Karten. Ich krieg das. Pff. Egal. Gibt's trotzdem. Frost schon Karte. Oh. Der Erzbischof. Benediktus. Diesen hab ich übrigens auch in diesem Amara Deck. Und das bedeutet nämlich, dass wir sein komplettes Deck auch bekommen. Und lustigerweise... Interessant, dass er den hat. Das hab ich jetzt bekommen durch... Das ist eine Frost-Drohung-Karte? Ja gut. Ja, klar. Im Grunde schon. Das Interessante ist, ich hab das jetzt zweimal. Das heißt, ich kann sein Deck zweimal kopieren. Ich werd'n riesen Deck haben. Das könnte interessant werden, wenn ich jetzt sein Deck bekomme. Das wird richtig geil. Mein Meister wird zurückkehren. Ja, jetzt hab ich halt mal 41 Karten. Das war's. Hm. Okay. Ist natürlich trotzdem jetzt schwierig, weil... Ich hab zwar einmal Drachendingsbums drin, aber das macht ja auch nur 5 Schaden. Weißt du was? Ich glaub, du darfst wieder mit dir flirten. Vorher könnte das mit Frostkram ziemlich schnell... Ach, ich müsste unbedingt Harrison Jones reinmachen. So ist das echt anstrengend. Er ist voll immun, aber ich kann ihn einfrieren, oder? Ach fuck, aber dann kann ich nicht den Lichtkönig spielen. Ahhhh. Problem über Probleme. Aber ich hab' ja jetzt sein Deck. Wenn ich jetzt Schattenvision mache, krieg' ich vielleicht was voll krasses, was mir gefällt. Aber so einen richtigen Flächenzauber hat er bis jetzt noch nie gespielt, leider. Ich hab' mir überlegen. Wacher. Ich könnte... Spielen. 2 Sek... Ne, weißt du was? Wir spielen erstmal das. Ich will gucken, was es so gibt. Aha. Er hat Blizzard. Sehr gut. Sehr gut. Das ist doch schon mal was, dann kriegt man kaum Schaden. Damit können wir mal anfangen. 2. 1. 2. 2. 3. 2. kommst du öfter hierher ich finde das so geil ach komm schon ich weiß ja dass er immun ist aber nicht mal das hey jana blue sei gegrüßt ach das ist eine waffe der babsack das habe ich bekommen verleidung den dienern okay das ist schön alter im zufälligen drachen 65 einst mehr gebrochen naja hallo sascha schön dass du da bist eine kleine runde hardzone jetzt noch ein bisschen länger wird okay gut das ist beide auf 2 achja bahns haben wir ja auch ach jetzt habe ich die mal bekommen kriegt sie mir aber gerade nicht so dolle oh ihr könnt eure wisst ihr dass das eine ultra krasse kombo ist ihr wisst ja dass der priester eine karte hat dass das null kostet ne aber gut wollte ich nur mal erwähnt haben aber ich habe die karte leider nicht drin aber was für ein zufall dass ich jetzt ausgerechnet diesen drachen bekomme der normalerweise nur zauberinnen bekommen okay ähm also die zwei töten wäre jetzt kein problem mehr ich würde sagen das machen wir jetzt einfach sonst kommen wir nicht voran und ich werde jetzt das spielen weil dann kann er dann kann er mal nichts machen in der runde ja also ihr könnt schon aber dann wäre es halt tot geister ich werde euch leiten hallo wie sound und ja so das kanal heute morgen war ich zuletzt auf dem community handy online werde aber nach dem stream bestimmt wieder reingucken jetzt kann ich mein deck nochmal mischen das ist so bescheuert eigentlich weil dann habe ich es ist so übertrieben okay warte mal aber er hat maxner gespielt kann ich ihn leider gerade nicht töten ach scheiß drauf aha da habe ich halt noch 52 karten in meinem deck na und und zwei drittel davon sind seine ich werde zum lichtkönig aber leider ich habe seine heldenfähigkeit nicht moment mal gab es da nicht eine karte kopiert die heldenfähigkeit kopiert die heldenfähigkeit da gibt es doch so eine karte oh oh ich habe gerade eine idee oh mein gott sieht eine karte wenn ein feind eingefroren ja ok das kenne ich ah das ist jetzt nicht so schön was ich kann gerade gegen seinen gegner nichts machen mal machen wir es so sechs nur noch eins bis er am error kommt und ich kriege wieder zwei karten von ihm ich raupe sein deck förmlich aus es gibt einen minion der die heldenfähigkeit ausschaltet moment wirklich raupe also ich weiß dass es einen gibt der die kosten erhöht stimmt solange der minion da ist aber nur ne solange geht die heldenfähigkeit nicht ja stimmt aber gut das kann er ja schnell lösen indem er mir den diener tötet denke ich mal sieht das übrigens nicht mehr gut aus das ist ein total verspieltes deck ich weiß und auch wenn ich jetzt so 50 karten ab und mehr er bin wie ich selbst obwohl das gibt mir spott eine gibt mir ja spott und 4 plus 4 er hat noch maxner scheiße er ist echt ein brocken ne aber ich finde das geil es macht spaß ist eine herausforderung vor allem wenn man noch kein deck gegen ihn gebaut hat dann ist es erst recht eine herausforderung ach die maxner nervt mich so der bringt mir auch gerade nichts habe keine kleinen zauber mit dem spiel aber da bin ich auch nicht geschützt gegen ihn ich bin wieder tot ne krass er hat dann 5, 8, 11 ah ne noch nicht ganz noch nicht ganz ok ähm plus 4 das heißt er hat 5 er hat 6 genau der könnte mich heilen noch heilen er kommt ja eh mit ihr durch 5, 8, 11 aber ich habe jetzt viele ideen ich habe viele ansätze die ich gerne probieren würde ob die funktioniert beim boss ist natürlich die frage also diese heldenfähigkeit kopieren ich glaube das war schon mal der fall ne dass das nicht funktioniert oh das war schon mal der fall dass es nicht funktioniert das stimmt ja dafür muss er auf dem fels liegen ok jetzt müssen wir anfangen deck zu bauen sonst wird das nie was kann ich hier drin noch ein deck bauen ja so an was habe ich denn jetzt gedacht ähm er benutzt diese 1er karte sofort also kann ich das mit dem 1er vernichten die karte kann ich vergessen die bringt nichts wenn wir beim brisa bleiben würden ich hätte ja die idee gehabt wir nehmen wir machen ein reno deck reno amara viel leben hätten wir dann sehr viel leben außerdem könnten wir decks kopieren um keinen deck tot zu erleiden was dann aber noch das problem war war wegen der heldenfähigkeit da könnte man die karte versuchen ob es so funktioniert weiß ich nicht ich versuche wer es wehrt nein kein venodeck das wäre mir viel zu versaut ein reno deck hallo nobody möchtet ihr nein das ich habe immer noch das eine in der zwischenablage deswegen die abfrage gerade eben ich nehme jetzt absichtlich auch anduin weil ich gerne mal hören möchte wie er da rumsummt oder so ok beim reno deck wie gesagt darf ich alles immer nur einmal haben ach weil ist das wirklich sinnvoll wartet mal eigentlich müsste ich alle klassen mal ausprobieren damit ich weiß was das kleinere manko ist beim druiden war es ja gar nicht mal so schlecht beim druiden hat er total sinnlose karte ausgespielt die mir null weh getan hat wir müssten agro druide bauen ich mag zwar keine agro decks aber ich sorry ich bin jetzt falls sich jetzt jemand schon aufs reno deck gefreut hat aber ich schwank schon wieder nein ich müsste mir so einen hässlichen druiden mal bauen ich will das ausprobieren ich glaube der könnte sehr effektiv sein er hat die dreier karten wird er mir töten dreier karten ach agro ey habe ich auch keine karten dafür also ich habe die karten aber ich habe keine ahnung davon ähm moment so ein akkotypie nimmt sowas gerne das weiß ich und sowas sowas wild aus giftig könnte ich schnell durch den spott kommen wir haben noch keine dreier genommen bis jetzt die dreier können wir uns einfach schenken sowas ist natürlich auch sinnvoll ja den lässt man auch außen vor rüstung braucht man nicht klauer laut eurem helden nein warte mal ich mache jetzt erstmal das rein was definitiv unbedingt rein muss das ist auf jeden fall auch noch das wilde brüllen das muss rein so lebendiges mana klar auf jeden fall weil der typ hat wenig flächen zauber finden halt habe ich dreier moment äh diener wie war die wie war die zauberkarte macht er mir alles mit drei kaputt oder nur diener weiß das jemand auswendig alle dreier karten oder die dreier diener ich glaube es waren nur die dreier diener ne hallo jojo schön dass du da bist ähm ja dann tut das natürlich weh ach ja natürlich auch hallo meli ähm was ist das gerade jemand auswendig macht er mir die dreier diener oder alles was drei ist kaputt ich mache einfach mal weiter in der zwischenzeit ähm ich werde das jetzt dazu auch mal herstellen so die könnten wir mit ansturm machen freier diener freier diener danke nobody dann lasse ich das brüllen natürlich drin verleiht einem befreundeten wildtier plus zwei blau okay kostet aber auch schon fünf ah ich spiele halt keine agro decks ne ich muss jetzt echt gucken was da noch so reinkommt ich habe null ahnung davon wie wärs mit dem schneewart nein quatsch ähm ich weiß dass da gerne dass die gerne das rein machen aber der wird ja von der karte definitiv betroffen sein leider den können wir vergessen wir brauchen überhaupt nicht zu gucken was drei kostet das wissen wir ja Zauberschaden ne eigentlich eher weniger Karten ziehen ist wichtig bei so einem agro deck behaupte ich einfach mal mit Piraten spielt er nicht können wir das auch rauslassen warte mal Heldenfähigkeit ähm hab ich die Sachen überhaupt oder das Ding ist raus Heldenfähigkeiten sind deaktiviert kostet drei drei da scheiße okay können wir vergessen aber da gab es noch mehr halt wir müssen ja auch ein wild deck machen auch wild umstellen so die Möglichkeit haben wir nämlich die ganze Zeit außen vor gelassen die Heldenfähigkeiten eures äh im nächsten Zug fünf mehr das ist schön aber es ist nur einmalig also kacke bringt mir nicht viel Och Gott die ganzen wild carden ey schon so lang her Gute gute treuherz Dame ja dann machen wir 2-2 ne das ist Schwachsinn das ist alles zu defensiv das ist auch nur einmalig ne eure Heldenfähigkeit kostet ne das ist alles ja für mich und nicht gegen den Gegner also kann ich dort schon mal vergessen ähm alles raus so ich guck jetzt nochmal alles durch weil wir haben jetzt wie gesagt jetzt die wild card noch dazu mal schauen der Rabengötze ist jetzt auch wieder da das ist natürlich ne fällt aus ein Angriff ein Leben das ist eigentlich auch ähm giftige Spinne 1-2 ist gar nicht so schlecht wenn man schnell spielen will oder ach man man erhaltet einen deren Mana ne mit sowas brauche ich nicht anzufangen erhaltet einen zufälligen Diener mit mindestens fünf ne passt jetzt nicht dazu was ich bauen will hallo Sternenschweif schön dich mal wieder zu sehen beziehungsweise zu lesen Moment Paul bestimmt das äh die Diener die 3 oder weniger kosten ne ne nur die wo 3 kosten oder weil dann könnte ich mir das ganze ja schenken na dann bin ich ja total auf dem Trampelpfad nach dem Sinn des Wortes ähm dann können und dann ist das Deck sinnlos ähm 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 äh wenn der wenn der echt mir alle äh unter 3 kaputt macht dann gut nach äh äh ja Isa und ich weiß zwar nicht wo du mich ätten willst aber du kannst mich ätten behaupte ich das einfach mal und hallo Maggie G oder G einfach nur und der Zockervolvo äh 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 ja äh Gary Lucy fehlt aber sie hat ja gemeint sie hatten sie hat ja momentan eh nicht so viel Zeit und deswegen äh wurde sie da noch nicht ähm ähm involviert wenn sie wieder mehr Zeit hat dann gerne ja Damon Bohn ich kann dich grüßen äh genau äh Sternenschweif die Livestreams laufen gleichzeitig auf YouTube und Twitch ich hab hier auch 2 Chats offen deswegen das ist äh nicht unbedingt verwirrend ich hatte früher was heißt früher ja damals als ich noch jung war nein ich hatte bis vorgestern hatte ich noch 3 Chats hat er das jetzt halt äh reduziert auf 2 und äh ich komm damit ganz gut klar soweit das ist okay und ähm ja wie gesagt aber wenn der Livestream fertig ist dann kommen die YouTube ähm über also das wird dann auch als Video dann nochmal geplant verpackt und kommt dann 1-3 Tage später dann auch auf YouTube für die Falle wenn man's mutiert eure Regina das wär natürlich gut ähm achso du meinst bei Hearthstone ja du kannst mich gern adden hier ähm ist meine Nummer hier 2714 aber Hearthstone ist immer so mein Spiel zum Abschalten meistens heute natürlich nicht klar heute stream ich mit euch aber wenn ihr mich zum Beispiel abends oder auch gern mal spätnachts oder frühmorgens Hearthstone spielen seht und ihr schreibt mir und äh dann bitte wundert oder seid mir nicht böse wenn ich dann nicht antworte weil ich bin dann einfach so im Spiel drin und ich ignoriere Nachrichten dann gerne einfach so weil ich für mich äh ein bisschen zocken will ich wünsche mir hier bei äh Hearthstone wirklich mal so einen unsichtbaren Modus das wäre sehr angenehm was ich nur gesagt haben so äh okay mir konnte doch immer keiner eine Bestätigung geben ob das mit den Unterdruck ich werde es einfach ausprobieren und wenn es nicht klappt dann kann ich auch gleich das aufgeben ähm Kampfmann mutiert ne das ist Quatsch mutiert eure Gegner das ist auf jeden Fall sinnvoll ähm verleiht eurem Helden bloß zwei Angriff in diesen Zug das war ziemlich geil ja ach ich glaube das wird nix hey jetzt schon so ein ungutes Gefühl ich geh nochmal zurück das wird bei dem jetzt auch nicht viel bringen ähm verleiht euren Diener mit Sport plus zwei plus zwei hab ich nicht so viel ja gut wenn ich das eine wenn ich die Kombo mache aber das ist ja dann auch wieder kein Agro ich bin einfach so unfähig mit Agro ich spiel kein Agro ich bin da so unschlüssig was da gut ist und was nicht naja plus zwei ähm ähm hier spielen Mana Kristallen ne das ist Quatsch das ist eigentlich noch ganz gut weil ich weiß dass das die Agro Deppen auch gerne benutzen ich nehm das mal mit ruft einen zufälligen Diener bei der eins kostet das ist ja eigentlich auch dafür sprechend aber das kostet drei das kann ich nicht machen ok ja Isa und dann add aber bitte du mich weil sonst äh wird das eh untergehen für mich er haltet das ist ja eigentlich auch nicht schlecht ich krieg hier einen Diener ich nehm's von mir rein ich probier das jetzt einfach mal aus komm stimmt das bringt jetzt nichts das hier werd ich noch probieren ok ok der Polvi hat grad nachgeguckt das heißt wir machen das grad total umsonst weil das heißt wirklich drei und weniger was uns wie gesagt beim Jadetruiden überhaupt nicht aufgefallen ist weil es da einfach nichts unter drei gab krasserweise aber gerade dann könnten wir beim Jadetruide vielleicht anknüpfen wenn seine blöde Fähigkeit uns einfach gar nicht weh tut ich geh jetzt nochmal warte mal beim Jadetruiden wenn wir da einfach kein Problem damit haben jetzt nochmal raus und ich geh mal ich hab ja wir haben die ganze Zeit äh den können wir löschen das war Schwachsinn wir haben die ganze Zeit diesen Druiden hier gespielt den ich zum Lettern benutze wo ja jetzt grad Rang 8 sind und der hier ist verstaubt der ist alt ich werd jetzt den mal ein bisschen modifizieren gegen ihn es ist auch ein Jadetruide ich werd ihn auf Wild umstellen so was ist gegen ihn Schwachsinn ähm Schwachsinn ist also gegen seine Fähigkeit kann uns das schon mal Wumpe sein wir brauchen ein schnelles Spiel gegen ihn wir hatten es das letzte Mal schon fast geschafft Heldenfähigkeit Heldenfähigkeit das wollten wir doch probieren hab ich die Karte nicht mal gucken ob das geht es wird wahrscheinlich nicht gehen aber wir sollten es wenigstens mal probieren wo ist denn das ähm zwei weniger die Heldenfähigkeit aus Gegners kostet nein hab ich die nicht ja hier ist er shit probiert die Feldenfähigkeit aus Gegners und wenn es nicht funktioniert ärgere ich mich nochmal grün und blau weil die kostet jetzt 400 Zauberschluckerin ich hab fast die Befürchtung dass das nicht funktioniert das war schon mal im letzten ich hab das schon mal probiert in einem Addon es hat einfach nicht funktioniert also in einem Solo-Abenteuer deswegen will ich mir die jetzt nicht unbedingt dafür kaufen um zu sehen dass es nicht funktioniert na ihr versteht so was ist gegen den Typ blöd ich hab hier noch Hadranox drin also ich bin da mit dem ersten Druiden ein bisschen mehr auf Spott gegangen was vielleicht gar nicht so verkehrt ist ist vielleicht gar nicht so blöd mehr auf Spott gehen er hat nicht so viel gegen Spott da kann ich mich immer gut da ist auch noch der Lichtkönig selbst drin aber es muss schneller gehen das Deck ist zu langsam das Deck ist zu langsam wilde Wut bringt mir das wirklich was im Endeffekt der Hüter des Morasts ist drin das ist schon mal muss doch was geben im Waldmodus was ich unbedingt haben will das kann mir ja keiner verzappen hier dass ich äh das nochmal weg hier im Waldmodus gibt es doch wieder die schönen klassischen Karten schaun aber wenn das jetzt ein bisschen dauert aber ähm so Proxas äh schreibt es hier ja auch gerade wie ihr seht klappt nicht okay ja jetzt muss ich mir mal klar sein was ich rausnehmen will wenn ich bei Jade bleibe wenn ich es schneller machen will das ist nicht schneller wenn ich natürlich auf Spott gehe das ist mir schon klar deswegen ich würde sagen aber Karten ziehen ist halt auch immens wichtig ich nehme trotzdem mal die üble Versorgung raus den Drachen ich würde auch gerade interessieren was er bei Paladin macht ach Mensch wir könnten da so ewig rumspielen warte mal ich nehme jetzt mal ja die Fliege muss drin bleiben ja der Geist wilde Wut nehme ich mal raus Arnaroks würde den Lichtkönig da wieder herbringen noch viele andere das wäre ganz gut der bleibt drin der Goblin bleibt drin der Teuchenherr bleibt drin wow immerhin wow zwei Karten bis jetzt draußen krass ähm was haben wir denn nochmal für geile Karten in the wild gehabt müssen wir gerade mal gucken da hätten wir natürlich Kampfschreieffekte werden zweimal ausgelöst unser guter guter alter Brand Brunze Bart Kampfschrei allen anderen Dienern 4 Schaden na gut 3 plus 8 aber es ist kein Kampfschrei das wäre interessant in Verbindung mit Miade Behemoth Ah Prinz Wallna habe ich hier noch wenn keine D4 kostet aber das habe ich natürlich das ist nicht auch so ein Prinzen der irgendwas bringt wenn ich 3 hätte den habe ich jetzt eh nicht den hier verwandelt sich in eine Kopie 3 3 eines Dieners wenn eure bringt ja nix egal zurück ähm nochmal zurück hier mal schauen ich habe gerade noch Piratenkriege im Kopf gehabt aber ne ihr wisst ja 100 Rüstung immer vergessen ähm so finde ich jetzt auch was Harrison Jones Harrison Jones muss rein Waffe zerstören auf jeden Fall oh mein Gott ja ne ach jetzt bin ich ja wieder falsch drin Harrison Jones so ich bin eigentlich der Schwarze Ritter dann ist das Steck Arsch teuer zu teuer zu viel da hinten Spott ne es muss schneller werden es muss schneller werden sonst kann ich was vergessen deswegen der Lichtkönig so cool wie er auch ist raus äh wir hätten Doktor Boom Doktor Boom kostet 7 ihr könnt aufräumen probieren wir es so 6 weil Silvana hm ne glaub nicht dass das was bringt verringert die Kosten eurer Handkarten 1 ok ja ich gehe halt gerade erstmal die Legendären durch mal schauen ob es da einfach was gibt was ich so ein bisschen vergessen habe Zeit der Zeit aber ich denke ja der Brand könnte es schon bringen aber nur bedingt Kampfschrei man könnte halt mehr Ja da rufen hier zum Beispiel hier ja ja der Geist noch dazu vielleicht das Deck ist mir noch nicht schnell genug so was schreiben ihr eigentlich noch ja mir geht es gut falls ich noch nicht geantwortet habe zocker Volvo sorry ich bin gerade so ein bisschen im Kartenbau gefangen da verlese ich mich gerne mal so ein bisschen und ähm ja ansonsten war ich wenn ich spiele bin ich wieder aufmerksamer aber beim Bauen ist es gerade ein bisschen schwierig so ich habe sehr viele gesehen die das mit dem Jade Ruide geschafft haben ich weiß noch nicht ob die Bearbeiter sind dafür die Bearbeiter sind dafür aber ja wir hatten unser zweiter Versuch war ja ein Jade Ruide und das war auch ganz knapp eigentlich hätte man noch einen weiteren Zug gehabt hätte man vielleicht hingekriegt also ich denke schon dass wir das hinkriegen ja äh Brand kostet 3 ja das ist ja ähm kein Problem im Vergleich zu Aya zum Beispiel oder den Jade Geist ne in der Hinsicht denke ich ja Doktor Boom okay da brauche ich mal schon 10 dann hätten wir vier Boom Bots und hier also das könnte schon klappen ach ne jetzt weiß ich ach ich Depp ja kostet ja ja ist gut ja ich habe nichts gesagt ja 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 ich habe nichts gesagt alles cool brauch ich gar nicht dazu gucken so ähm ok noch eine Karte nochmal Waffe wegnehmen er benutzt Frostkram Frostkram muss unbedingt weg das ach die eine wo ich die kostet auch 3 und weniger nö wenn dann mit Harrison Jones anders geht es nicht anders kann ich keine Waffe entfernen mir gefallen die Mana kosten nicht Uhrzeitlicher Drache geh noch ein bisschen durch warte mal erstmal bei 4 anfangen alles andere macht keinen Sinn so ich nehme da mal wieder so ein bisschen Schredder alten schönen Karten ne Goldaffenschatz Karte ist auch Quatsch auf jeden Fall Geheimnisse nutzt er nicht entdeckt ein Wildtier Bot der Leichenflatterer den ich übrigens ziemlich cool finde aber in dem Deck bringt er gar nichts Karten ziehen mit der Kultmeisterin oder nochmal ihn den Jadegeist der Jade ist doch besser Karten ziehen technisch sind wir noch gleich auf da haben wir den zweimal Pflege zweimal Pflege Zorn theoretisch guck mal noch ein bisschen weiter die Waffe ist auch geschützt echt die ist auch immun stimmt die leuchtet auch so blöd ach ne shit also raus mit Harrison Jones ähm ne kann man vergessen ansonsten mach ich doch nochmal Priester wenn ich meine das wäre doch eigentlich ganz gut das hätte mir vielleicht das letzte Mal den Arsch gerettet wenn ich meine relativ hohen äh Jade Typen spotte können wir probieren können wir probieren so ganz viele Vierer jetzt drin probieren wir es ist das jetzt überhaupt äh hab ich jetzt überhaupt irgendwas aus äh Wald drin? ja Doktor Boom Doktor Boom bin ich mal auch noch unschlüssig ob es der wirklich bringt dem Deck ah schweigen schweigen der eine Typ der mir was vernichten würde zum Beispiel das wäre ja nur eine 05er ne dann wäre der total sinnlos hier schweigen da wisst ihr was ich mach den Boom raus gehen rein so probieren wir es jetzt ist jetzt wahrscheinlich eh wieder ein Standard Deck glaube ich bin mir nicht sicher aber ist ja egal ups da bin ich falsch so aber äh jetzt wird es doch ein bisschen zu lang wir machen jetzt nochmal ganz kurze Pause ich werde den Stream neu starten das bedeutet für die YouTube Zuschauer ihr müsst in ca. 5 Minuten den Stream neu starten sonst äh bleibt ihr ewig in der Pause gefangen und dann probieren wir es nochmal gegen den Lichtkönig also bis gleich in